Heute wird oft über Gemeindewachstum geredet. Ich engagiere mich diesbezüglich in nichts Speziellem, aber ich fragte mich einmal, was dieses Wachstum denn eigentlich sein soll. Ist es Wachstum in Zahlen oder Wachstum in Heiligung? Denn rein zahlenmäßiges Wachstum kann mehr Fluch als Segen sein. Jesus sagte, wir sollen hinausgehen und Jünger machen. Er sagte nie, wir sollen Gemeindemitglieder werden. Ich habe festgestellt, dass Gemeindemitglieder, die keine Jünger sind, eher kontraproduktiv als produktiv sind. Auf lange Sicht werden sie der Welt ein sehr unkorrektes Bild dessen vermitteln, was Christentum eigentlich ist. Und das macht mir Sorgen. Nämlich, welchen Eindruck vermitteln wir der Welt? 1985 arrangierte es unser Team von Derrick Prince Ministries in Fort Lauderdale, dass Ruth und ich in einem Programm des amerikanischen christlichen Fernsehsenders PTL auftreten konnten. Vielleicht habt ihr schon einmal etwas von PTL gehört. Ich kann heute darüber sprechen, weil, soweit ich weiß, inzwischen alles bekannt ist. Ich verrate also keine Geheimnisse. Weil wir nie Fernsehen hatten, wir eigentlich keine Vorstellung davon, worauf wir uns da eingelassen hatten. Wir sollten zwei einstündige Sendungen machen und ich war der in Anführungszeichen Gast Sprecher. In der ersten Stunde hatte ich genau zehn Minuten, um zu sprechen und 20 Minuten waren dafür reserviert, Tammy-Puppen für Weihnachten zu verkaufen. Ich denke, ich war der Einzige in der ganzen Sendung, der Jesus Christus erwähnte. In der zweiten Sendung bekamen Ruth und ich 20 Minuten und Ruth erwähnte, dass Gott zu ihr gesprochen habe. Der Sänger, der in der Sendung auftrat, dessen Namen ich euch nicht verraten werde, sagte, Gott hat zu ihnen gesprochen? Er sagte, ich wünschte, er würde zu mir sprechen. Er sagte, ich wünschte mir, eines Montagmorgens würde eine Notiz von Gott durch meinen Türschlitz hindurchgeschoben werden. Er konnte es überhaupt nicht fassen, dass es sein könnte, dass Gott tatsächlich zu Menschen spricht. Angesichts dessen sind die späteren Entwicklungen in diesem Fernsehsender PTL, die ja weltweit bekannt geworden sind, vielleicht keine Überraschung. Doch was mir weit größere Sorgen machte, als ein Fall von Unmoral oder auch die Veruntreuung von Geldern war, dass all das Millionen von Amerikanern einen absoluten falschen Eindruck von dem vermittelt, worum es beim Christentum überhaupt geht. Das hat nichts mit dem Christentum des Evangeliums zu tun. Für mich ist das entsetzlich und erschreckend. Ich bin heute so weit, dass ich mich freiwillig nicht mehr mit irgendeiner Veranstaltung oder Aktivität oder einem Programm in Verbindung bringen lasse, das ein völlig falsches Bild vom Evangelium vermittelt. Im Evangelium kommt das Kreuz vor. Alles, was die Botschaft vom Kreuz auslässt, ist eine Verfälschung des Evangeliums. Dass du glücklich und in Wohlstand leben kannst, dein Leben genießen und bei guter Gesundheit sein kannst, ist manchmal wahr, wenn auch verhältnismäßig selten, nicht wahr? Ruth und ich haben in der Vergangenheit manchmal sieben Stunden am Stück für Kranke gebetet. Die meisten waren Charismatiker, aber sie waren krank und sie waren auch keine ausgesprochen bösen Menschen. Die Theorie, dass das Christentum ein leichter, angenehmer Weg durchs Leben sei, ist eine Irrlehre. Das stimmt überhaupt nicht. Ich las einmal ein Buch über Fernsehevangelisten, worin lediglich deren eigene Worte zitiert wurden und einer der Autoren sagte, Irrlehre ist eine schlimmere Sünde als Pornografie. Ich dachte, das stimmt. Es ist viel schlimmer als Pornografie. Kommen wir kurz zurück zu der Frage, was für Leute sollen wir sein? Ich möchte kurz vier Bereiche unseres Charakters ansprechen, über die das Neue Testament sehr offene Aussagen macht. Als erstes Liebe. Schlagen wir Römer 8 auf. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wie ich es verstehe, lehrte Paulus, dass wir als Leute, die an Jesus glauben, nicht das Gesetz des Mose befolgen müssen. Ich kenne niemanden, der das Gesetz des Mose zur Gänze befolgt. Aber Paulus sagt, dass von uns verlangt wird, die Rechtsforderung bzw. die gerechte Forderung des Gesetzes zu erfüllen. Als ich vor einigen Jahren diese Passage las, stellte ich mir die Frage, was ist eigentlich die gerechte Forderung des Gesetzes? Was wird von uns gefordert, dass wir es befolgen? Ich fand darauf eine sehr einfache Antwort. Die Antwort ist Liebe. Liebe ist die gerechte Forderung des Gesetzes. Hierzu nur eine von vielen Bibelstellen, Römer 13, 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Das ist sehr klar. Und dann sagt Paulus in Galater 5, 14, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz ist erfüllt. Dann heißt es noch in Galater 5, 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch unbeschnitten sein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Das einzige, was im Christenleben wirklich zählt, ist der durch Liebe wirksame Glaube. In Jakobus 2, 26 heißt es, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Und in Galater 5, 6 heißt es, wie eben gelesen, dass der Glaube durch die Liebe wirkt. Man kann also eine kleine Gleichung aufstellen und folgendes sagen. Glaube ohne Liebe ist tot. Wollen wir das einmal gemeinsam sagen? Glaube ohne Liebe ist tot. Noch einmal. Glaube ohne Liebe ist tot. Es gibt viel Totenglauben in der Gemeinde, sehr viel. Du kannst Theologie haben, die richtige Lehre, doch wenn es ohne Liebe ist, dann ist es tot. Und toter Glaube wird niemals lebendige Christen hervorbringen. Eine weitere Bibelstelle in diesem Kontext, die mich sehr beeindruckt, ist 1. Timotheus 1, 5. Das Endziel der Weisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. In zwei anderen Versionen heißt es, sie hätten sich fruchtloser Diskussion zugewandt. In der New American Standard Bible heißt es, das Endziel unserer Weisung aber ist Liebe. Wenn ich das lese, sage ich mir, überprüfe dich selbst. Was möchte ich denn in den Leuten hervorbringen, zu denen ich predige? Denn wenn ich keine Liebe hervorbringe, ist es fruchtlose Diskussion, nutzloses Gerede und Zeitverschwendung. Ich verschwende meine Zeit und die Zeit der Leute. Wir alle sollten uns fragen, vor allem jene von uns, die im geistlichen Dienst stehen, bringen wir wirklich liebende Leute hervor? Wenn nicht, dann sollten wir mit dem, was wir gerade tun, aufhören. Die grundlegenden Fakten des Neuen Testaments sind so einfach und so radikal. Ich musste meinen eigenen Dienst unter die Lupe nehmen. Das war in einem sehr unglücklichen Zusammenhang und ich möchte nicht näher auf Details eingehen, aber ein Mann, der mir nahe stand und in den vergangenen Jahren vielleicht mehr von meiner Lehre hörte als irgendjemand sonst, wandte sich aus Gründen, die wir nicht näher beleuchten wollen, auf sehr gemeine Art und Weise gegen mich und tat, was er nur konnte, um meinen Dienst zu ruinieren. Ich hätte zornig auf ihn werden und ihn attackieren können, aber so funktionierte das nicht. Ich dachte mir, was hat meine Predigt in diesem Mann bewirkt, wenn er sich jetzt so verhält? Ich wurde nicht zornig auf ihn, ich erforschte mich selbst. Was bewirkt meine Predigt in anderen Leuten? Denn wenn sie keine Liebe hervorbringt, ist es Zeitverschwendung, stimmt's? Habe ich euch überzeugt? Hört ihr, was ich euch sage? Gehen wir weiter zu einem anderen Bereich des Charakters, über den heutzutage in den Gemeinden verhältnismäßig wenig gesagt wird. Reinheit und Keuschheit. Ja, das Wort Keuschheit ist schon gar nicht mehr Bestandteil unseres Vokabulars, aber es ist ein sehr schönes Wort und es beschreibt etwas sehr Schönes, das unter uns vorgefunden werden sollte. Lesen wir zwei Bibelstellen. Sie sind sehr gerade heraus und mir gefällt an der Bibel, dass sie generell sehr gerade heraus ist. 1. Thessalonicher 4, 3-8 Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung, bzw. dass ihr heilig gemacht werdet, dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet, dass jeder von euch sich sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse, nicht in Leidenschaft der Begierde wie die Nationen, die Gott nicht kennen. Dass er sich keine Übergriffe erlaube, noch seinen Bruder in der Sache über Vorteile, weil der Herr Rächer ist über dies alles, wie wir euch auch vorher schon gesagt und eindringlich bezeugt haben. Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern in Heiligung. Deshalb nun, wer dies verwirft, verwirft nicht einen Menschen, sondern Gott, der auch seinen Heiligen Geist in euch gibt. Ein sehr ernster Vorwurf. Die Leute, die keine sexuelle Reinheit pflegen, verwerfen nicht Menschen, sondern sie verwerfen Gott, der uns seinen Heiligen Geist gegeben hat. Ein entsetzlicher Gedanke. Wenn man heutzutage die Terminologie ändert, versucht man damit oft auch Werte zu ändern. Man spricht beispielsweise nicht mehr von einem Kind im Mutterleib, sondern man spricht von einem Fötus. Das hört sich nicht so schlimm an und ein Schwangerschaftsabbruch scheint nicht dasselbe zu sein, wie die Ermordung eines Kindes. Ist es aber. Und andere Leute reden von vorehelichem Sex, doch die Bibel spricht von Unzucht. Gott hat seine Terminologie nicht geändert. Paulus befasst sich in 1. Korinther 6, 9 folgende mit demselben Thema und spricht ganz offen darüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht! Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenwolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das ist eine Aufzählung von Menschen, die aus dem Reich Gottes ausgeschlossen sind. Unzüchtige, Leute, die sexuelle Unmoral praktizieren, sind ausgeschlossen. Genauso alle, die irgendeine Form von Homosexualität praktizieren, aktiv wie passiv. Sie sind aus dem Reich Gottes ausgeschlossen. Sie haben keinen Platz im Himmel. Aber beachtet, was Paulus zu den Leuten sagt, an die er dies schreibt. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Dem entnehme ich, dass in der Urgemeinde Homosexuelle eine Veränderung erfahren konnten. Ist das logisch? Nun, warum lehren die Leute dann heute, dass sie sich nicht ändern könnten? Nicht, weil sich das Wesen der Homosexualität geändert hätte, sondern weil sich die Botschaft, die wir predigen, geändert hat. Aber Gott hat seine Botschaft nicht geändert. Und Gott sei Dank kenne ich und kennen viele von euch Homosexuelle, die auf wunderbare Weise verändert und umgestaltet wurden und jetzt einen Platz im Reich Gottes haben. Ich möchte zu jedem von euch sagen, der in irgendeiner Weise in Homosexualität verstrickt ist. Wenn du nicht Buße darüber tust und gereinigt wirst, hast du keinen Platz im Reich Gottes. Du bist verloren. Du stehst unter der Verdammnis Gottes. Und ich sage das nicht, um dich unter Verdammnis zu bringen. Ich sage das, um dich zur Buße zu bewegen. Gehen wir weiter zum dritten Aspekt des Charakters, Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit. Finney stellte einmal eine Frage, auf die ich keine Antwort anbiete. Er fragte, ist es möglich, Politiker zu sein und gleichzeitig hundertprozentig ehrlich? Wenn nicht, was tun Christen dann in der Politik? Ich möchte nicht im Voraus ein Urteil über diese Frage abgeben, aber es ist offensichtlich, dass von Christen verlangt wird, dass sie hundertprozentig ehrlich sind. Paulus sagt in Epheser 4,15, Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Eine Bedingung dafür, dass wir in Christus wachsen, ist, dass wir die Wahrheit reden. Du kannst nicht unaufrichtig sein und gleichzeitig in Christus wachsen. Und dann sagt Paulus in 2. Thessalonicher 2,9-12, Der Gesetzlose, das heißt der Antichrist, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge. Ich möchte euch auf etwas hinweisen. Die Tatsache, dass Wunder geschehen, bestätigt nicht notwendigerweise, dass die Botschaft von Gott ist. Auch hier sind Charismatiker ausgesprochen leichtgläubig. Satan kann Wunder wirken. Er kann sogar Feuer vom Himmel regnen lassen. Er tat es bei Hiob. Aber er war keine gute Person, er war der Teufel. Du brauchst also mehr als Wunder, um zu wissen, dass etwas von Gott ist. Mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Ruth und ich beten, dass Gott wirklich in uns die Liebe zur Wahrheit versiegeln möge, denn das ist die einzige Garantie, dass wir nicht getäuscht werden. Ich habe mit Christen, mit Freunden, mit geistlichen Leitern über Verblendung und Täuschung gesprochen und einige von ihnen haben so reagiert, als wollten sie sagen, sprich doch nicht mit mir über Täuschung und Verblendung, so etwas könnte doch mir niemals passieren. Doch wenn du meinst, das könnte dir nie passieren, wird es dir wahrscheinlich passieren. Jesus warnte in Bezug auf die Endzeit vor allem anderen vor Verblendung und Täuschung. Er betont dies immer und immer wieder. Und der einzige Schutz davor ist die Liebe zur Wahrheit. Wer nicht die Liebe zur Wahrheit annimmt, wenn Gott sie ihm anbietet, dem wird Gott selbst einen starken Irrwahn schicken und das ist erschreckend. Pflegen und kultivieren wir deshalb die Liebe zur Wahrheit. Das Wort für Liebe hier ist das bekannte Wort Agape. Es ist das stärkste Wort für Liebe. Es bedeutet nicht, dass man jeden Tag Bibel liest. Das ist gut, aber das ist noch nicht die Liebe zur Wahrheit. Liebe geht viel tiefer. Es ist eine leidenschaftliche Verpflichtung gegenüber der Wahrheit, die keinen Irrtum, keine Lügen und keine Täuschung toleriert. Das ist Teil des christlichen Charakters. Ich weiß nicht, ob ich es wage, das zu sagen, aber ich sage es einfach. Vor vielen Jahren gab es Veränderungen in unserem Dienst. Mein Schwiegersohn, der unseren Dienst in Florida leitet, suchte eine Firma, die für die Materialien, die wir versenden, Verpackungsmaterial liefern würde. Und er kam zu mir und sagte, ich habe alles versucht. Aber jetzt habe ich einen Mann gefunden, der es meiner Meinung nach tun würde, aber... Und dann fügte er hinzu, so als wollte er sich entschuldigen, aber er ist kein Christ. Und ich sagte, Gott sei Dank. Hattet ihr schon einmal mit einem christlichen Buchladen zu tun, der seine Rechnungen nie bezahlt? Wisst ihr, das ist keine Theorie. Das sind Fakten. Einige bekennende Christen sind so unzuverlässig, wie es schlimmer nicht sein kann. Noch eine Schriftstelle, die mich erschreckt. Und wenn sie dich nicht erschreckt, ist das deine Verantwortung. Ich will damit nur sagen, dass ich nicht wie einer rede, den das alles nicht betrifft. Es betrifft mich sehr wohl. Offenbarung 21,8 Aber den Feigen und Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Lügner werden nicht in den Himmel kommen. Alle Lügner kommen in den Feuersee. Das ist ganz einfach. Daran können wir nichts ändern. Wir können nur uns selbst ändern oder uns von Gott ändern lassen. Es heißt nirgendwo, dass Evangelisten, die Lügner sind, oder Pastoren, die Lügner sind, oder Missionare, die Lügner sind, davon ausgenommen seien. Es heißt, alle Lügner werden in dem See enden, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das möchte ich betonen. Das ist keine Botschaft der Verdammnis, sondern der Warnung. Dann kommt das für mich wichtigste Thema in Bezug auf den Charakter, der letzte Aspekt, nämlich die Demut. Ruth und ich hatten vor zwei Jahren eine Sabbatzeit und wir gingen nach Hawaii. Wir dachten, was für ein wunderbarer Ort für eine Sabbatzeit. Wir werden die Sonne und das Meer genießen, Gemeinschaft haben und entspannen und in der Bibel lesen. Aber es kam alles ganz anders. Es war eine der härtesten Phasen meines Lebens. Ich wurde schwer krank und hätte es nicht den Herren und Antibiotika gegeben, wäre ich gestorben. Ich sage ausdrücklich, das mit den Antibiotika, weil Gott mir gezeigt hat, dass ich zu stolz war, um zuzugeben, dass ich die Hilfe von Ärzten brauchte. Deshalb achte ich jetzt genau darauf, Gott für die Ärzte zu danken. Wie viele Charismatiker schämen sich regelrecht, wenn sie sagen, dass sie zum Arzt gehen müssen. Sie wagen es nicht, es irgendjemandem zu erzählen. Sie schleichen sich heimlich zum Arzt und sagen niemandem, wo sie waren. Aber ich sage, Gott sei Dank für Ärzte. Gott sei Dank für Antibiotika, denn ohne Antibiotika und den Herren wäre ich gestorben. Ich bekam sechs Wochen lang intravenös Antibiotika. Das ist eine lange Zeit. Es war keine leichte Zeit. Ich wollte das eigentlich nicht sagen, aber ich sollte es wohl sagen. Ich denke sehr logisch und ich glaube seit über 50 Jahren an göttliche Heilung. So ziemlich das Erste, was Gott für mich tat, nachdem ich errettet worden war, war, dass er mich heilte, als Ärzte mich nicht heilen konnten. Ich predige über Heilung und Ruth und ich haben schon oft erlebt, wie Menschen auf wunderbare Weise von Gott geheilt wurden. Mein Problem war also, warum bin ich krank? Und warum werde ich nicht geheilt? Ich dachte, da stimmt etwas nicht. Ich dachte, warum erfüllt Gott nicht, was ich mir von ihm erwarte? Gott pflegt mich gegen zwei Uhr nachts aufzuwecken, wenn er mir etwas Spezielles sagen möchte. In jener besonderen Nacht war es so, dass ich am darauffolgenden Tag für neunzehn Tage ins Krankenhaus kommen sollte. Ich wusste nicht, dass ich ins Krankenhaus kommen würde. Ich bewegte diese Fragen in meinen Gedanken und sagte eigentlich zu Gott, Gott, warum hältst du deine Zusagen nicht? Was stimmt hier nicht? Hier bin ich. Ich habe darüber gepredigt. Ich habe es praktiziert. Warum geschieht es jetzt nicht? Ich hatte keine Angst vor dem Tod, aber ich wollte eine Antwort. Ich wollte Klarheit. Ohne auf Details einzugehen, Gott gab mir die Schriftstelle. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleischverderben ernten. Gott zeigte mir etliche Szenen aus der Vergangenheit, die etliche Jahre zurückreichten und zeigte mir, wie fleischlich ich doch oft gewesen war. Sehr fleischlich. Das hatte nichts mit sexueller Unmoral zu tun oder mit Trunkenheit oder mit der Veruntreuung von Geldern. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie Prediger Probleme bekommen können. Der Herr war so gut zu mir. Er hat mich nicht verdammt. Er war nie verdammend. Er ging einfach nur eine Situation nach der anderen mit mir durch und sagte, erinnerst du dich? Siehst du dies? Siehst du das? Und am Ende sagte ich, ich verstehe. Das wäre nicht für jeden von euch eine Erleichterung, doch für mich war es eine Erleichterung, weil ich keine Angst vor dem Tod oder der Krankheit hatte, aber verstehen wollte, was schief lief. Und ich stellte fest, was für eine Überraschung, dass ich falsch gehandelt hatte und nicht der Herr. Ich kam ins Krankenhaus und wurde dort sehr freundlich behandelt. Die Ärzte taten wunderbare Dinge für mich und hier bin ich, lebendig und frisch, ohne der Erwartung noch eine ganze Weile leben zu dürfen. Aber ich musste lernen, dass Gott nie einen Fehler macht. Wer von euch glaubt das? Einige von euch glauben manchmal, dass Gott einen Fehler gemacht hat, aber das geschieht nie. Gott macht keine Fehler. Gott zeigte Ruth und mir damals, dass wir in verschiedenerlei Hinsicht stolz gewesen waren. Schließlich waren wir schon dreimal um die ganze Welt gereist und haben gepredigt und für Kranke gebetet und das teilweise sieben Stunden am Stück. In einer Gemeinde in Holland verbrachten wir an einem Tag elf Stunden in der Gemeinde, um für Kranke zu beten und wir sahen wunderbare Resultate. Die Leute sagten, wie wunderbar, dass du das in deinem Alter noch so machen kannst. Du hast so viel Energie. Ich fing an, das wirklich zu glauben. Gott hat wunderbare Möglichkeiten, dir die Luft rauszulassen. Hast du das gewusst? Er hat mir die Luft rausgelassen und mir gezeigt, dass von allen Dingen, die wir falsch machen können, der Stolz das Tödlichste ist. Er zeigte mir, dass es ein Mittel gegen Stolz gibt, nämlich seine Sünden zu bekennen. Versuch deine Sünden zu bekennen und sieh mal, wie lange du dann noch stolz bleiben kannst. Noch ein Wort an die Ehepaare. Wir haben herausgefunden, dass es eine sehr kraftvolle Möglichkeit ist, etwas gegen den Stolz zu unternehmen, wenn man sich als Ehepartner gegenseitig die Sünden bekennt. Die Bibel sagt in Jakobus, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich halte es nicht für obligatorisch, vor irgendjemand anderem außer vor Gott zu bekennen, mit Ausnahme derer, denen wir tatsächlich Leid zugefügt haben. Aber es tut uns gut, einander die Sünden zu bekennen. Und ich denke, damit haben wir den Nagel auf den Kopf getroffen. So konnten wir geheilt werden. Wir mussten unsere Sünden bekennen. Ich möchte nicht die ganze Liste durchgehen, aber es war bemerkenswert. Gott erinnerte mich an Dinge, die 30 Jahre zuvor geschehen waren und die ich noch nie bekannt hatte. Er zeigte mir, dass jede Sünde, die nicht bekannt ist, auch nicht vergeben ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Aber es steht eben dieses Wenn am Anfang des Verses. Befassen wir uns noch kurz mit dem Stolz und dann kommen wir zum Schluss. Lukas 14, 8-11. Ich liebe die Worte Jesu, weil er so realitätsnah ist. Er war nie übergeistlich. Er sagt hier, Jesus sagt also, wenn du Peinlichkeiten vermeiden willst, dann wähle du selbst den niedrigsten Platz. Denn wenn du dort sitzt, dann gibt es nur mehr eine Richtung, in die du gehen kannst. Ich liebe diesen Vers von John Bunyan, der da lautet, Wer unten ist, braucht keinen Fall zu fürchten, Keinen Hochmut jeder, der sich neigt. Wer Demut übt, hat ewiglich Gott als Licht, Das seinen Weg ihm zeigt. Wenn du am Boden bist, kannst du nicht mehr tiefer sinken, verstehst du? Das ist ein absolut sicherer Ort und Ruth und ich, wir praktizieren das. Bevor wir dienen, nehmen wir uns in aller Regel Zeit auf unserem Angesicht, auf dem Boden, nur um Gott wissen zu lassen, dass wir uns auf ihn verlassen und nicht auf uns selbst. Es gibt eine einfache, kleine Geschichte, die das für mich so gut veranschaulicht, ohne dass ich näher auf Details eingehen kann. Eine Frau aus unserem Bekanntenkreis nahm so sehr Anstoß daran, dass sie nicht an dem richtigen Platz, am richtigen Tisch gesetzt worden war, dass sie unser Feind wurde. Es geschah von unserer Seite in aller Unschuld, ohne die Absicht, sie in irgendeiner Weise zu beleidigen, aber sie ist bis auf den heutigen Tag beleidigt. Was für eine Tragödie! Sie hat die Lektion nicht gelernt. Setz dich an den letzten, an den niedrigsten Platz und dann gibt es nur eine Richtung, in die du gehen kannst. Nach oben. Jesus fasst das zusammen. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Das ist ein allgemeingültiges Gesetz, noch allgemeingültiger als das Gesetz der Schwerkraft. Wenn du dich selbst, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Du musst die Entscheidung treffen, ob du erhöht oder erniedrigt werden möchtest. Und dann wirst du auch die dementsprechenden Resultate bekommen. Das große Beispiel hierfür sind zwei übernatürliche Wesen, Luzifer und Jesus. Luzifers Herz wurde stolz, so sagt die Schrift in Hesekiel 28, weil er so weise und schön war. Er streckte sich aus nach dem höchsten Platz und was geschah? Er fiel. Dieses Gesetz funktioniert überall. Doch über Jesus heißt es, und wir sollten das in Philippa 2, 8-9 kurz lesen, in dem er, der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Und beachtet nun das nächste Wort, darum. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben. Jesus wurde nicht befördert, weil er der Lieblingssohn war. Er wurde befördert, weil er die Bedingungen für die Beförderung erfüllte. Er demütigte sich bis zum Niedrigsten und deshalb hat Gott ihn bis zum Höchsten erhoben. Dieses Prinzip wirkt im Leben jedes Einzelnen von uns. Es gibt keine Ausnahmen. Es zahlt sich aus, sich zu demütigen. Und in Philippa 2, 3 heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ich habe folgende Beobachtung gemacht und ich reise viel und treffe viele Leute, die im geistlichen Dienst stehen. Das größte Einzelproblem heute, innerhalb der charismatischen Bewegung, ist persönlicher Ehrgeiz. Die Motivation der meisten geistlichen Leiter weist ein Element des persönlichen Ehrgeizes auf, aber Paulus sagt, tut nichts aus Eigennutz. Was ist die Alternative? Die Alternative besteht darin, einen einzigen Wunsch zu haben, nämlich Jesus verherrlicht zu sehen, gleichgültig, was dabei aus mir wird. Wie sieht unsere Reaktion aus? 1. Petrus 5, 5 Ich weiß nicht, ob euch das bekannt ist, aber diese Formulierung umkleidet euch mit Demut bedeutet eigentlich, zieht die Schürze der Demut an. Denn in der damaligen Kultur trugen die Sklaven weiße Schürzen, die niemand anderer trug. Wenn du also eine weiße Schürze anziehst, sagst du damit, dass du ein Sklave bist. Petrus sagt, zeig jedem, dass du ein Sklave bist, zieh die Schürze des Sklaven an und sei jedermannes Diener. Dann sagt er, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wenn du also erhöht werden möchtest, brauchst du nur eins zu tun, demütige dich. Aber wenn du dich selbst erhöhst, wenn persönlicher Ehrgeiz und Stolz deine Motivation sind, dann wirst du gedemütigt werden. Niemand im ganzen Universum kann dieses Gesetz außer Kraft setzen. Ich möchte noch etwas sagen, das zu dem passt, was ich vorher über den Sender PTL gesagt hatte. Römer 14,22 Glückselig, wer sich selbst nicht richtet in dem, was er gut heißt. Wir müssen sehr genau darauf achten, uns nicht mit dem, was wir billigen oder gut heißen, zu richten. So gut ich kann, und ich bin ein sehr fehlbarer Mensch, ich mache Fehler, werde ich nicht auf eine Bühne gehen, auf der etwas völlig Unchristliches verkündet wird. Auch wenn es sehr charismatisch ist, werde ich mich nicht damit in Verbindung bringen lassen. Ich möchte niemandem den Eindruck vermitteln, dass ich glaube, das sei das Christentum. Ich las einmal in einem christlichen Magazin eine Anzeige, ich beschäftigte mich nicht näher, damit aber die Überschrift lautete, das Beste, was christliche Unterhaltung zu bieten hat. Das warf eine Frage in mir auf. Christliche Unterhaltung? Kann man das sagen? Gibt es so etwas überhaupt wie christliche Unterhaltung? Sicher gibt es in der charismatischen Bewegung vieles, was man so bezeichnen könnte, aber ist es legitim, von so etwas zu sprechen? Ist das wirklich christlich? Was Anbetung anbelangt, weiß ich eins. Anbetung ist keine Unterhaltung. Anbetung ist die totale Hingabe an Gott. Und einige Leute sagen, ich gehe in die oder die Gemeinde, weil dort die Anbetung so gut ist. Doch was sie dort vorfinden, ist möglicherweise eine Aufführung, eine Vorstellung. Damit will ich nichts zu tun haben, soweit ich es verstehe und kann. Ich mache vielleicht viele Fehler. Ich gerate in Situationen, in die ich nicht hineingeraten sollte, aber ich möchte mich nicht richten durch das, was ich gut heiße. Es gibt also Orte, an denen ihr mich nicht finden werdet, zum Teil recht bekannte Orte. Ich denke, ich habe genug darüber gesagt. Ich werde nun mit wohlgewählten Worten die Frage beantworten, was für Leute wir sein sollen. In der 2. Petrus 3,11 wird ja die Frage gestellt, was für Leute wir sein sollen. Dann gibt Petrus sieben Antworten, die ich kurz durchgehen möchte. Die erste Antwort finden wir im selben Vers, in heiligem Wandel und Gottseligkeit bzw. Gottesfurcht. Unser Verhalten sollte heilig und gottesfürchtig sein. Alle Christen sollten sich voller Eifer auf den Tag der Wiederkunft Jesu freuen. Jenen, die eifrig oder sehnlichst auf sein Kommen warten, wird er zum Heil erscheinen. Er wird jenen nicht zum Heil erscheinen, die gleichgültig sind. Ich habe einen Freund und wir sind schon seit mindestens 30 Jahren befreundet. Er hat einen ganz anderen Hintergrund als ich. Er formuliert Dinge anders als ich. Er ist Amerikaner. Und er sagt, Wenn der Herr zurückkommt, wird er von der Gemeinde mehr erwarten, als dass sie nur sagt, nett, dass du wieder da bist. Aber das ist im Grunde alles, was ihm einige Christen derzeit anbieten würden. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, Gott wird bei vielen von uns Dinge geschehen lassen, die uns in die verzweifelt, die in uns die verzweifelte Sehnsucht wecken werden, dass er wiederkommt. Denn wir sollten sein Kommen sehnlichst erwarten. Dann heißt es noch im selben Vers, das ist Nummer 3, wir sollen die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen. Wir sind nicht passiv, sondern wir haben etwas zu tun, um die Ankunft des Tages Gottes zu beschleunigen. Was? Matthäus 24,14 Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden, auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis, und dann wird das Ende kommen. Wann? Wenn das Evangelium des Reiches auf dem ganzen Erdkreis gepredigt worden ist, allen Nationen zu einem Zeugnis. Wessen Verantwortung ist das? Unsere. Wir alle haben diese Verantwortung. Nicht nur eine spezielle Gruppe von Menschen. Die ganze Gemeinde ist so oder so verantwortlich dafür, sich in der Verkündigung des Evangeliums des Reiches an alle Nationen zu engagieren. Wenn Juden dies hören, sagen sie vielleicht nun, das sind die Nichtjuden. Aber ich möchte euch an etwas erinnern. Paulus sagt in Römer 11,25 Bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird und so wird ganz Israel errettet werden. Wenn du auf die Errettung der Nichtjuden hin arbeitest, arbeitest du auch auf die Errettung der Juden hin, nach der ich mich sehne und für die ich bete. Aber ich tue alles, was ich tun kann, um das Evangelium des Reiches in der ganzen Welt zu predigen, weil ich möchte, dass der Herr wiederkommt. Wenn ich mir die Welt heute ansehe und all die Bosheit, das Leiden, die Qualen, dann denke ich, Herr Jesus, komm bald. Aber wir müssen etwas tun, damit dies geschieht. Wir haben eine Verantwortung. Wir müssen die Ankunft des Tages Gottes beschleunigen. Nummer 4, Vers 14 Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch. Nummer 5 Unbefleckt Nummer 6 Und tadellos Nummer 7 Von ihm im Frieden befunden zu werden Das ist die Antwort auf die Frage, wer kann den Tag seines Kommens ertragen? Jene Leute, die diese Bedingungen erfüllen. Im heiligen Wandel und Gottseligkeit. Die Ankunft des Tages Gottes erwartend. Die Ankunft des Tages Gottes beschleunigend. Die sich befleißigen. Die unbefleckt sind. Also keine Sünde, die nicht bekannt worden ist. Die tadellos sind. Keine Pflichten, die wir vernachlässigen. Und die in Frieden befunden werden. Keine zerrissenen Beziehungen, die geheilt werden könnten. Dann endet Petrus mit einer letzten Warnung, mit der ich auch abschließen möchte. Die beiden letzten Verse von 2. Petrus 3 Es gibt nur zwei Alternativen, das positive oder das negative. Wir können in Gnade wachsen oder aus unserer eigenen Festigkeit fallen. Aber wir können nicht statisch und bewegungslos bleiben. Im geistlichen Leben gibt es keine Bewegungslosigkeit. Wer nicht vorwärts geht, fällt zurück. Ich möchte euch mit diesem Gedanken herausfordern. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Und wir können uns überprüfen. Wachst in der Gnade und Erkenntnis unseres subsequ ty Hernu, erstens d System